Leder, Feuerholz ist so viel auch nicht da, nochmal gucken. Also die schaffen das auf jeden Fall schon erstmal alles da rein. Und dann schauen wir mal, was alles so da ist. Ich hätte dann wirklich gern so einige Sachen. Nochmal schauen. Feuerholz ist low. Der macht schon, der ist auch wieder angestellt. Okay. Hier haben wir doch auch noch Holz 70. Müsst ihr vielleicht mal von dem was nehmen? Hm. Wir brauchen dann irgendwann noch eine Kappe. Kapelle. Ein Friedhof. Genau, eine Baumplantage. Jetzt ist die Frage. Können wir doch eigentlich mit hier ran bauen. Wir haben früher... Ah, jetzt sind es auf einmal wieder sechs Kühe. Klasse Sache. Oh, die haben sogar eins geschlachtet. Okay. Okay. Ah, mein Kühe. Hm. Hier wird schon gehackelt. Man hört es. Also die Geräusche, die hier dazu eingespielt werden, sind, glaube ich, ganz realistisch. Oh, der hat mein Kleines. Drei, vier, fünf, sechs. Okay, die haben eine Baby-Crew gekriegt. Hier können wir dann noch Hühnchen und Schafe mit dem Trading Post. Mal sehen, was sie alles so haben. Also Hühnchen zwei sind auf jeden Fall ganz gut. Oh, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir gleich noch mal noch ein Gehege bauen. Ähm, hallo? Das ist too small. Ich will doch aber nicht. Too small. Too thick. Uhuhu. Chestnut und Cherry. Naja, mal machen wir mal das. Oh, jetzt brauchen wir noch einen Formen. Okay. Der pflanzt dann langsam an. 46. 36. 36. Okay. Feuerholz. Haben wir 279. Oh, wir kriegen Babys. Julie. Bellinor. German. Early. Carvante. Aha, was ist ein Carvante für ein Name? Oh, hier lebt bloß eh noch drinne. Das ist natürlich traurig. Hier sind drei drinne. Hier haben wir vier. Hier haben wir drei. Der Taylor, der Taylor, der Taylor hat, der Taylor hat kein Leder, oder? Gucke ich mal, ob hier oben Leder ist, dass er sich hier oben was holen kann. Oh, wir brauchen einen Teacher. Der ist set. Haben wir Students. Ist doch jetzt spannend. Hier ist nichts drinne. Das ist aber traurig. Oh, hier. Ihr seht, die sind fleißig. Am Bauen. Na, was machen wir da? Einen Stockpile hin. Ach, nee, warte. So, da können sie nämlich gleich ein Zeug da drauf abladen. Und dann werden wir mal sehen, dass wir hier durch, ob hier irgendwann mal ein Schiff kommt. Na, bestimmt. Und dann bauen wir mal hier hinten vielleicht noch ein Fischerhütchen hin. Die Frösche. Kommt ganz drauf an, wo du dich befindest. Fische. Hier hörst du Leute reden. Und hier bist du bestimmt im Wald. Ah, Vogelgezwitscher. Was? Ähm. Dann bauen wir vielleicht mal noch eine Huntingkabine. Die hier reinbauen. Da hat er natürlich nicht so wirklich viel Ausbreitungsfläche. Wir müssen hier drüben noch eine Huntingkabine hinbauen. Ja, dann müssen wir hier aber mal noch. Holz. Ist wenig. Oh, Frühherbst. Die haben alle schon von alleine angefangen zu ernten. Na, das finde ich ja mal sehr schön. Bin ich ja gespannt, ob das jetzt mehr wird. Hoffentlich kommt nicht so zeitig der Winter, sonst haben wir echt ein Problem. Die sind fast fertig. Trotzdem nicht so wesentlich mehr. Naja. Ich denke, hier werden es ein paar mehr. Früher Herbst. Hm, die haben jetzt schon mehr wie im letzten Jahr. Das hier auf der Flock ist los, ich weiß. Da haben wir ein paar mehr Kartöffelchen. Ja, das ist doch mal schon. Lock. Ah, haben wir fünf Stapel. Okay. Hier haben wir doch auch 29 Stapel. Und hier? Haben wir auch schon. Gleich Feuerholz. Dann brauchen wir mal noch ein paar Häuschen. Damit die sich... Warte. Was brauchen wir denn für ein Steinhaus? 40 Steine. 35 haben wir. 24 mal Holz. Und hier brauchen wir 16 und 8 Steine. Naja, okay. Okay. Die sind zwar nah am Wasser gebaut. Hihihi. Aber naja. Ah, okay. Wenn hier die Kräuter drin sind, sind sie hier weg. Alles klar. Okay. Weiß ich Bescheid. So, wie sieht es denn hier mit unseren Bäumchen aus? Hm, sind schon ein paar gepflanzt. Wie viel hat der gebracht? 352. 240. Ein bisschen weniger. 180. Auch weniger. Obwohl die selbstständig angefangen haben. Na, das ist ja sehr seltsam. 400 Beefs. Und die schlachten da nämlich irgendwann von automatisch selber. Der das Fleisch zerlegt, dann liegt das meistens hier so am Rand. Oh nein, es wird Winter. Kinder. Da haben wir noch Feuer, Holz, 415. So, also wir haben eine Schule. Wir haben noch zwei Häuser. Wir haben noch Fischerhütchen. Wie weit sind die? Und das sieht ja schon mal schön aus, dass sie ja so ihre Steine hingelegt haben. Sehr ordentlich sortiert, würde ich sagen. Jetzt wird es windig. Mensch, ey, hier sind so viel Rehe und Hirsche. Können die die nicht fangen? Jetzt gucken wir doch mal direkt, dass die im Inventar haben. Feuerhals, Fisch, Pilze, Beeren, Wurzeln und Kartoffeln. Okay, also ausgewogen. Ah, die Gesundheit, da fehlt ein halbes Herz und Happy. Ah, das stimmt. Wir müssen noch eine Zementory bauen. Das heißt, wir müssen noch einen Friedhof her. Mit hinbauen. Und eine Kirche. Jetzt will ich doch direkt mal gucken. Ob hier Kirche mit hinpasst. Das sieht natürlich ganz toll aus, wenn wir hier eine Kirche drauf kriegen würden auf die Ecke. Oh, hier. Ein Boot ist angekommen. Huch, wo hat man es denn? Bin schon dran vorbeigefahren. So, dann schauen wir mal, was der Gute hat. Trade. Was hat er denn? Pump Chestnut. Sieht's, hier habe ich selber. Plum. Squash. 2500, das muss ich erstmal gucken, ob wir das zusammenkriegen. Was ist denn low? Feuerholz ist low. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier zusammen haben. Ne, wir kriegen bloß 2180. Scheiße, scheiße. Da werde ich wohl noch ein paar mehr einlegen müssen. Hide Code. Wie viel haben wir denn noch? 29. Iron Tool. Können wir mal. Okay. Jetzt gucken wir ganz einfach mal. Wenn er loskommt, bringt die mal an. 2500. Er müsste aber noch mehr bringen. Mann. Rabbit, rabbit. Da kann ich mal an, was ich noch gerne haben möchte. Pecanus, Walnuss, Bohnen, Cabbage, Corn, Pepper, Potatoes. Ne, Potatoes haben wir da. Pumpkin, Squash, Weed. Ale, Äpfel, Berris, Brausch, nee, Cabbage. Cherry, Chicken, Peach, Piapecanus. Also man kann hier das ankreuzen, was sie immer mitbringen sollen. 2.300. Aber die Klamotten haben sie noch ange... Ange... Gucken wir hier nochmal. Das haben wir. Böhnchen. Ein paar Eierchen. Vielleicht wenn es mal knapp ist, okay. So. Nein. 163. Was habe ich denn jetzt angegeben? Wie viele Kräuter? Die müssen wir noch ein paar mehr bringen. Ach, hier haben wir auch noch. Okay. Dann könnte ich noch für... 152. Na, dann nehmen wir mal noch ein paar Pfläumchen. Genau. Trade. Und dann schickt man weg mit Dismiss. Alles klar. Sehr schön. So. Jetzt hat unser Taylor wieder zu tun. Schneiderlein. Schneiderlein. Ja, ich weiß. Dir fehlt jetzt Leder. So. Jetzt haben wir schon wieder Spring. Und die bringen jetzt alles das, was hier drinnen war. Bringt die... Jetzt hier in den nächsten Storage-Born. Allerdings nie hier hin. Ach, ich habe auch bloß Ehen, ne? Einen Schwerter. Okay, das ist kein Wunder. Der muss das ja alles erstmal hin und her verschiffen. Da kann ich... Ähm... Beim nächsten Mal... Noch ein bisschen ein anderes Feld anbauen. So. Jetzt wollten wir uns eigentlich um die Kirche kümmern. Die Kirche bleibt im Dorf. Ach nee, um... Ach doch, ich wollte gucken, ob die Kirche hinten drauf passt. Was ist die Kirche vielleicht so hier drauf? Nein!